Dieser Manga ist absolut super witzig. Dieser Manga hat Kindergartenhumor. Nein, der hat er nicht. Der ist super. Das ist Dragon Ball 2.0, wenn man es so will. Komm schon, Dragon Ball ist über 20 Jahre alt. Nicht mal was Neues? Ja, aber es ist doch klasse. Ich meine, es gibt immer wieder auf die Mappe. Und der Typ, der der Hauptcharakter ist, hat so einen dämlichen Gesichtsausdruck und hat die Kraft, alles mit einem Schlag kaputt zu machen. Wie lange willst du das durchziehen, dass er alles mit einem Schlag wegfußt? Ja, das stimmt allerdings. Das ist halt so ein Kritikpunkt. Irgendwann hat das mal ein Ende. Aber für die Zeit reicht's. Ja, für die Zeit reicht's offenkundig nicht an seinem Gesichtsausdruck. Der sieht ja aus wie ein Ei. Ja, das ist ja auch gerade das Lustige an der ganzen Sache. Ich meine, stell dir vor, so ein Typ kommt auf die Straße. Das ist ein riesengroßes Monster. Jeder hält, verliert und kriegt auf die Mappe. Und dann kommt so eine Flachzange, haut einmal zu und alles ist im Arsch. Also, für mal eine kurze Geschichte kann ich mir das ja vorstellen, aber für eine lange Geschichte? Ja, ich will auch nicht, dass das wieder so eine 20-Band-Geschichte wird. So zehn Bände vielleicht oder weniger. Das würde dann schon reichen. Hm. Naja, die Leseprobe ist ja schon mal ganz gut, wenn man die fünf Werbeseiten weggelassen hätte. Ja, das stimme ich allerdings zu. Aber ansonsten, ich kann's empfehlen. Ja, okay. Versuchen wir's mal. Ja. Jopp.